Dann ab nach vorne. Die hat ja, glaube ich, einen Schalldämpfer drauf. Das heißt, wir müssten den hier für eh noch nicht freischalten. Warum sind die alle so viel schneller als wir? Egal. Gleich mal vier Zwischenpoints gemacht. Aber wie gesagt, gegen Pilots komme ich mit der Waffe irgendwie überhaupt nicht klar. Endlich mal. So. Wenn es sich bewegt. Kann ich es tun. Wir hatten einen guten Start, aber noch ist unser Vorsprung klein. Da ist der gerade noch entkommen, oder was? So eine Sau. Der hat was so schön markiert. Dann rennt er in letzter Sekunde hier um die Ecke. Ich finde keinen... Da hinten bleibt einer. Na, der hat ja nicht wirklich lange überlebt. Das war jetzt aber beinahe vorbei gewesen. Cooler Moves. Cooler Moves. Wie gesagt, die deutsche Synchro ist nicht wirklich die beste. Das liegt aber nicht unbedingt daran, dass die Synchronisation schlecht ist, sondern dass einfach die Übersetzung nicht so wirklich toll ist. Ich muss sagen, jetzt gerade gefällt mir die Smart Piste eigentlich gar nicht so schlecht. Hier oben ist leider keiner. Hier oben kann man sich überfühlen verschaffen. Na, schade. Das spielt's. Ready for Titanfall. What the fuck? Okay. Achso, weil ich hier so ein Ding drin bin. Jetzt aber. Okay. Noch irgendwer hier? Keiner zu sehen. Titan, du musst da gar nicht wegrennen. Ich komm gleich wieder. Wir arbeiten an einem Ersatz. Melde mich, sobald er fertig ist. Der Titan wurde jetzt schon zerstört. Das ging aber sehr schnell. Smart Piste-Herausforderung. Wir schließen hier eine nach der anderen ab. Die Smart Piste ist echt nicht so schlecht, wie ich mir am Anfang gedacht habe. Ich konnte damit in der Beta überhaupt nicht umgehen. Aber hier begegnet man ja auf dieser Map zumindest. Oh. Begegnet man nicht so vielen Pilots. Wenn die dann so reagieren wie der, dann kriegt man die auch relativ schnell down. Oh. Oh. Na, da hat uns der Typ natürlich auch gemacht. Hm. Also gewinnen werden wir das auf jeden Fall. Ich vergesse dann aber auch immer zu nah kampfen, ne? Zu nah kampfen. Jetzt haben wir gleich mal wieder drei Toren in der Anlage gehabt, wo wir gar nichts mitgenommen haben. Schon kann man die Runde nicht mehr zu gut bezeichnen. Obwohl vorher alles problemlos lief. Nichts kriegst du nicht mehr mit deiner radioaktiven Explosion hier. Okay. Okay. Wir haben eine Reinfeldung gewollt. Großartige Leistung. Mission erfüllt. Sehr gut. Wir haben einen Tiefel mit einem Bergungsschiff fliegt. Ihre Exfiltrationspunkte habe ich markiert. Lasst wir nicht entkommen. Okay. Dieser Pilot hat keine Chance. Geht dann los. Geht da oben auch. Ich orte immer noch IMC-Pilot. Fangen Sie ab, bevor Sie den Evakuierungspunkt erreicht. Nein, nein, nein. Wir machen gleich einen Evakuierungspunkt kaputt. Wir müssen hier gar keinen abfangen vorher. Und drauf da. So, mach kaputt. Alle draufballern. Kommt schon. Ja. Und dann waren wir tatsächlich doch noch Zweitbester. Sechs Piloten gekillt, nur zweimal gestorben. Zwei Titans gekillt und 25 Fußvölker. Also, ich glaube, wir werden die nächste Runde tatsächlich doch nochmal mit der Smartbistel spielen. Die gefällt mir dann doch ganz gut. In der Beta, wie gesagt, überhaupt nicht. Also, entweder hat man die nochmal ein bisschen verstärkt, oder ich konnte damit... Ich hab's einfach nicht gecheckt. Also, ich wusste damals ja auch, dass man hiermit natürlich hauptsächlich Minions plattmacht. Und dann natürlich hofft, dass man dann, dass der Gegner schlecht zieht, wenn man in 1 gegen 1 rennt. Aber irgendwie kamen die mir dann bei weitem nicht so stark vor wie jetzt. Keine Ahnung. Ähm, wir haben wir zurück. Und ich würde sagen, wenn wir hier schon was haben, dann können wir uns hier theoretisch auch gleich mal unsere vierte Klasse... Als...